Es gibt für mich nichts Schöneres, als um 3 Uhr morgens aufzustehen, um den Duschabfluss zu reinigen. Mir ist letztens was absolut Schlimmes im Badezimmer beim Putzen passiert. Es standen an diesem Tag auch wieder die Abflüsse an. Und ich musste mich ganz dringend um den Waschbeckenabfluss kümmern. Jedenfalls habe ich dann diverse Rohrreiniger und Putzmittel gemischt. Und ich sehe jetzt schon die Kommentare. Man darf Putzmittel nicht mischen, das gibt giftige Gase. Leute, ich weiß das, weil ich ein Putzprofi bin. Jedenfalls habe ich es dann trotzdem gemacht, bin fast aus den Latschen gekippt, weil diese giftigen Gase in meine Nase gezogen sind. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Plötzlich hat es da drin gesprudelt, wie in einem Reagenzglas. Versucht Wasser nachzugießen, wurde nur noch schlimmer. Das Waschbecken ist komplett übergelaufen mit dem ganzen Inhalt aus den Abflüssen. So eklig.